Guten Tag, ich bin Natalia Pasterchowa, Partnervermittlung Ukraine Natalia. Sie rufen uns an und fragen, wie ich anfangen kann, wie ich starten kann bei Ihrer Partnervermittlung. Ich wollte mit Ihnen einmal auf die Webseite schauen und Ihnen zeigen, wie es ganz einfach und schnell den ersten Kontakt mit uns geht, läuft. Und selbstverständlich können Sie mich anrufen jederzeit, aber damit Sie schon sehen, dass die Webseite eigentlich sehr einfach gebaut ist. Sehr wichtig, nicht vergessen, dass wir persönliche, individuelle Partnervermittlung sind. Es gibt bei uns kein Chatten über irgendwelche Plattformen. Die Männer melden sich nicht irgendwo an, wo sie dann Zugangs bekommen und Passwörter, wo alles über irgendwelche Computer und, wie ich gesagt habe, Plattformen ablaufen wird. Sie werden auf jeden Fall von uns persönlich betreut, aber Sie haben schon die Möglichkeit, erst mal aussuchen, welche Frauen wir empfehlen, weil tatsächlich wir mit Frauenkatalog arbeiten und die Frauen, die im Moment aktuell sind, finden Sie auf unserer Webseite. Dann schauen wir mal auf die Webseite.